What the f**k, das hat ich mir jetzt gedacht. Yo! Theresa und ich bauen jetzt eine Höhle in einem leben Schwimmbad und wollen hier übernachten. Das war mein Schwimmbad. Wir müssen das jetzt fegen, saugen, dann eine Höhle bauen, dann eine Sachen machen und hier schlafen. Let's do it! Let's go! Das ist so eklig, ich will nie durch die Schwimmbad. Eri! Was? Hat der was geschrieben? Was? Awww! Willst du das abfordern auf ihr? Ja! Das ist so cute, oh mein Gott. Das war mir immer glücklich. Ihr wird heute Abend geschlafen. Ja! Ja! Meine Haare sind noch so scheiße aus. Oh Gott! Das war gut, dass ich so ein Sportproblem anhaben und dann zeigen kann. Ja. Oh, hier ist noch echt so kräftig. So geil! Du bist jetzt. Das war es. Das war es. Das war es. Ich habe es. Ja. Das war es. Okay, gefickt und gesaugt. Was kommt jetzt? Jetzt müssen wir im Haus Decken haben. Gebt mir jetzt eure Guäses ab, wie viele Decken wir finden werden. Was sagst du? Zehn. Zehn? Nur? Ich sag so 15. Was meinst du? Also das sind schon mal so normale Decken. Wir nehmen auf jeden Fall... Sollen wir jetzt eine beziehen? Für dich? Ja. Da ist eine Matratze und jetzt zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Pissen. Und Papa kissen. Und kissen. Tragen. Wir raten neu. Titi sagt 25 und ich sage 23. Jetzt müssen wir aus einem Raum. Jetzt gehen wir noch in Titi's Zimmer. Yay. Wir hoffen. A Novaam. Und auf jeden Fall ging es mal zu warten. Okay, pfandisch, pfandisch, f 걸�isch. Beide. Keine Forschung. Einfach so rein? Nur, ein, zwei, 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 drei... Was ist denn so? Ja. Nächstes, warum? Ja. Waren das jetzt alle Sachen? Doch. Das hält ordentlich. Oh mein Gott, ich will das gleich auch machen. Das wird dann die Prinzessin auf der Erbse. Ab die Erbse fertig. Los. Nein. Scheiße. Krass. Und wie war's? Ich hatte nichts in meinem Kopf. Ich hab das voll... Fuck. Outfit check. Oh, hier ist es so viel weicher. Falls ihr mich fragt, was das für Geräusche im Hintergrund sind. Wir haben nämlich Sonntag und morgen haben wir einfach beide keine Schule. Weil es im Moment einen Sturm gibt. Deshalb starte ich heute bei KT. Das ist so geil. Oh mein Gott, das ist so cool. Das kannst du doch öfter machen. Geil. Du glaubst, ich kann springen. Ich bin gerade auch gesprungen. Ui. Geil. Lass mal so gleichzeitig springen. Eins, zwei, drei. Und die, die Leute sind, die Leute sind, die Leute sind. Und dann, was? Und dann, was ist die... Nicht nur, wie viele Decken das sind. Oh Gott. Wie viel Decken sind's? Das sind 22. Wir spannen nach dem Netz und tun das dann hier durch dieses Schwimmbach-Ding. Oh mein Gott, ich bin jetzt so stolz hier drauf. Und dann legen wir gleich zwei Reine Decken hier drauf. Netz aus Kordel gespannen. So sieht's jetzt gerade aus. Wir haben die Decken und tun die immer noch unter die Pooldinge. Jetzt kann man vielleicht so ein bisschen sehen, wie das Netz gespannt war. Und es läuft supi, es ist so geil. Die Grundlage des Zeltes steht jetzt. Ey, Güle. Wollen wir die so als Eingangstür machen? Einmal, dass es an der Eingang steht. Was wollen wir hier mitmachen? So weinig. Dann können wir da halt noch wissen. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Entschuldigung, ich hätte jetzt gar nicht sagen. Das hört sich voll dumm an, aber... Einmal ganz hoch. Einmal ganz hoch. Pillow fight. Ich war da schon so... Willst du Stress? Ah, wächst nicht? Einmal ganz hoch. In den nächsten Mal. Ich schreibe. Dann bin ich zum nächsten Mal. Oh mein Gott, das ist so unreal. Ich bin so cool, ich weiß wie ich mich für dich, ein paar Mal sehen. Das ist so cool. Sag es so cool. Mach her. Das ist so cool. Oh mein Gott, hier sind jetzt die Lichterketten. So, so cool, so das werde ich meinen Kindern noch erzählen, jetzt muss ich einziehen, denn all die Sachen da oben ist jetzt noch runterholen, wie Snacks und wärmere Klamotten, weil wir sind im Keller und es wird noch scheiße kalt. Ich möchte jetzt ein altbekanntes Sprichwort erfüllen. Oh mein Gott, oh, what the fuck, oh mein Gott. Die Kassen landen immer noch auf ihren Soden. Wow. Du hörst nicht ins Video, dann seh ich voll aus wie so ein Katzenhasser. Nein. Ich liebe sie über alles. I guess I never loved you like I loved me. I guess I never loved you and it's okay with me. Ich habe schon wieder Hunger. Ich auch. Und jetzt noch, sollen wir gleich noch irgendwie im Frühschrank gucken? Oh, 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 oh. Ready? Ready! Wie cool ist das bitte? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin jetzt grad nochmal hochgegangen um den kleinen Staubsauger zu holen. Aber in Tittys Zimmer ist der Wind so laut. Oh mein Gott, ich bin froh, dass die unten schlafen. Tittys saugt einfach. Naja, das ist die Höhle. Sieht so geil aus. Und jetzt gehen wir noch hier runter. Wie gefällt dir der Film? Voll gut. Ich mag den. Ich auch. Wir gucken liebe Stimmung und mein Buch, was ich grad lese. Ich bin schon bei der Hälfte. Das ist der zweite Teil davon. Und ich rufe. Licht auf! Nachttittys! Nein! Ich bin gestern beim Film reingeschlafen, war ich sogar so müde. Ich bin sehr schlecht, Tittys. Und wir haben hier gar nichts von dem Sturm so mitbekommen. Ich bin grad aufgewacht, weil ich normalerweise um die Uhrzeit aufwache. Es hat einfach gerade mein Schulwecker geklingelt. Tittys hat jetzt vier Schichten. Hier sind noch zwei Decken drunter. Am Decken ist der Jürgen kalt. Trotzdem wird's langsam hell. Aber nur ganz langsam. Ursula. Und so fangt die Wolken bis hinweg sich voll schnell. Das ist so nicht Zeitraum hoch. Der Sturm Sabine. Wir haben früh geschlafen. In der riesigen Höhle. Oh mein Gott, das ist geil. Wir müssen gleich alles aufräumen. Was sieht so cool von oben aus. Soll ich mir die Gänze aufziehen? Das ist das Normal-Video und jetzt mach ich Zeitraffer an. Das ist so schnell. Wow, das ging so schnell. Das ist das? Alles ist deep! Das kann ich nicht mehr machen, das kann ich nicht mehr machen Das ist die Aussage, dass es wild aussieht ja echt berechtigt. Wir haben nicht ohne Rundschul frei. Geh zu. Oh mein Gott, die Straße. Teddy bringt mich jetzt nach Hause. Das war ein Hummel. Ich fand's auch richtig cool. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es hat mir heute so viel Spaß gemacht. Das ist jetzt mit dem Video. Bye! Rotex! Warte mal nochmal. Wie machen wir? Springen wir gerade hoch oder so? Wir müssen uns irgendwo da hinlegen. Warte, unsere Socken. Jetzt umziehen. Wir müssen jetzt die Socken weg tun. Das ist voll lustig. Okay, okay. Okay. Ja, sonst wollen wir das nicht in Loopas. 4, 1, 2, 3. Ah, das war zu hoch! Licht aus! Du hast zu schnell gelacht. Ey! Ich bin ein paar Jahre alt. jesteśmy hier. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich kann das machen. Ihr könntet, ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Vielen Dank.